Jo, was geht ab wieder? Willkommen zu 290 Folge! Könntest du das aufpassen? Was dazu weiter geht? Ja, halb bisschen Deckung waren wir. So, wir können uns eigentlich jede Menge herstellen, aber ich warte noch ab, was passiert. Was macht ihr mich? Schießen die da auch unten! Seine Art, Geschütztur! Bleib unten! Ja, Schatz! Ja, Schatz! Na, wir müssen uns wiederholen. Okay, schatz! Ja, wir müssen gleich. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! I got John! Jesus! Jesus! Ich glaube sie sind weg! Oh Mann! Ich habe zwei Medikets verballert, das ist nicht gut! Das ist gar nicht gut! Okay! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Schade, 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 schade. Okay, dann muss ich mal kurz überlegen, wie wir hier weiter machen. Okay, dann kannst du hier rausgehen. Und dann? Wie ist das, wenn ich hier reingekomme? Überlegen, überlegen, überlegen. Oder so. Wie ist das? Er ist okay. Sie sehen uns nicht. Schiff! Verdammt! Joel! Warte, warte! Joel, hör an! Da! Lass ihn in Ruhe! Oh! Oh! Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls ihr es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest! Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bringen uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts. Ich hätte wohl das gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll's ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Wir mussten weg. Das sieht jetzt vermutlich wie hier aus. Wir sehen das auch aus. Dar Newst Inholm. Ja? Das wäre auch ... Vielen Dank. Vielen Dank. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer wache. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind der... Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Gut. Gut. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Oh, cool. 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 Okay. 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 Oh, cool. 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 Wir sind da. Willkommen in meinem Schloss. Hm. Sieh dir das mal an. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Alles gut. Au. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er da hin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Ich hoffe nur, du kennst den Weg, du kennst den Weg, du kennst den Weg. Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Alles klar? Ich versuche, warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur. Das war's. Okay, kommt alle weiter. Okay, tut mir leid. Hey. Hey, hörst du uns? Oh, vergesst! Sie sehen uns! Du bist mit der Kong! Da, links! Du bist tot, Arsch! Oh, verdammt! Oh, scheiße! Oh, verdammt! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Okay... Hilf mir mal damit. Okay. Bereit? Los! Los! Halt, halt, halt. Hey! Sie sind hier drüben! Oh shit. Oh nein. Erledigt. Los, kommt schon. Okay, schau mal nach. Alles klar. Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon. Hilf. Schneller, schneller. Belly, der hat dich. Okay, holen wir ihn hoch. Es tut mir leid. Wir hören ab. Was? Was sei der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Wir bleiben zusammen. Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Wir haben hier wohl gefunden. Wir haben hier wohl gefunden. Schwärmt aus! Vielleicht kommen sie hier nach. tutteinde. Bis wieder. helfen! Nee. Es tut mir leid. Und ich war noch mal. Ich bin los! 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 Ich bin los!